Während die meisten primitiven Datentypen irgendwie langweilig sind, gibt es da so eine Ausnahme. So ein kleines, gallisches Dorf, das nicht so sein will wie alle anderen. Der Enum-Datentyp ist einerseits ein primitiver Datentyp, genauso wie der Integer-Boolean oder seine Freunde. Auf der anderen Seite ist er irgendwie auch so wie ein Array. Und intern ist er binär. Und dann können wir ihn auch noch konvertieren. Denn eigentlich ist er auch ein Integer. Ich würde sagen, es ist Zeit, sich dieses wundersame Ding etwas genauer anzusehen. Also sehen wir uns einen Standard-Enum mal an. Im Verhältnis zum Integer oder zum klassischen Integer kann ein Enum nicht alle Zahlenwerte annehmen, sondern nur ganz bestimmte Werte. Also zum Beispiel machen wir ein Enum mit dem Namen Colors. Und darin gibt es auch folgende Werte, nämlich Red, Green und Blue. Somit ist ein Enum definiert, der genau drei mögliche Werte annehmen kann. Wenn wir mit der Maus über Red drüber gehen, sehen wir, dass Red den Wert gleich 0 hat, Green den Wert gleich 1, Blue den Wert gleich 2. Das heißt, standardmäßig erhalten Enums einen Integer-Wert zugewiesen und die werden einfach durchnummeriert. Wenn uns das nicht gefehlt oder wir die Reihenfolge ändern möchten oder auch die Werte dahinter ändern möchten, können wir sagen, Okay, Red ist 5, Green ist 10, Blue ist 15. Dann geht auch das. Und demnach ist 15 jetzt die Repräsentation des Wertes Blau. Was wir nicht mehr brauchen, sind so Magic Numbers. Was soll 15 genau sein? Und was ist, wenn der User 8 übergibt oder so in der Art? Also der Compiler prüft, ob die Werte entsprechend korrekt sind. Zumindest in vielen Fällen. Gut, wenn wir jetzt eine Variable dieses Enums anlegen möchten, sagen wir einfach Datentyp, Name der Variable, myColor, ist gleich. Und zum Zugriff auf einen Enum-Wert schreibe ich den Namen des Enums und dann einen entsprechenden Wert, wie zum Beispiel Green. Auch diese Variable kann ich jetzt natürlich ganz normal abfragen, wie ein Integer oder Ähnliches. Und wenn Blue dann unsere Write-Line, die Farbe ist blau. Und da sich hinter diesen Enum-Wert eigentlich Zahn verbehren, kann ich so einen Enum-Wert auch ganz problemlos auf einen Integer casten. Ich kann sagen, okay, int myColorValue ist gleich auf einen Integer gecastet myColor. Und wir werden hier den Wert, also myColor hat es Green, Green ist der Wert 10, somit werden wir hier den Wert 10 drinnen stehen haben. Es geht auch umgekehrt natürlich, Green ist gleich gecastet auf diesen Enum, einen Integer-Wert. Also so geht die Konvertierung zwischen Integer und Enum. Natürlich geht es jetzt auch mit einem String. MyColorString ist gleich myColor.toString. Gut, dieser Wert geht sozusagen eh nahezu bei jedem Datentyp. Was ist, wenn ich aus einem String eine Enum möchte? Dann sage ich, okay, Colors, myColor ist gleich, Enum.pass. Es gibt auch Try-Pass und es gibt auch Pass als generischer Overload. In diesem Fall sage ich, okay, ich hätte gerne Colors als Wert, als Enum-Typ und den Wert, den er passen soll, ist bitte blue. Und dadurch kommt hier blue raus. Also, blue wird übersetzt und hier ist die entsprechende Enum-Werte drinnen. Ja, das Pass mit Spitze-Klammer funktioniert wunderbar, also die generische Implementierung. Wer aufgrund der .NET Framework-Version auf diese generische Implementierung noch nicht zurückgreifen kann, verwendet folgendes, und zwar die Enum-Pars-Methode, welche den Typ, den Enum-Typ braucht, okay, type of colors, und den entsprechenden Stringwert und allerdings ein Object liefert, wie man in die Tellesend sieht, daher muss das noch auf einen Enum gecastet werden. Zugegeben, das ist doch sehr, oder wirkt etwas umständlich daher, ist dieser Overload sehr toll. Es gibt, wie bei Integer-Tripars, netterweise auch die Variante mit einem ordentlichen Exception-Handling, ist natürlich eine sicherere Methode, um einen Cast durchzuführen. Gut, soviel zum Enum als kleinen, trivialen Datentyp, schauen wir uns komplexere Varianten an. Also gut, wollen wir ein interessanteres Thema im Bereich die Enums machen. Stellen wir uns gemeinsam kurz folgendes Szenario vor, und zwar, wir wollen ein kleines Programm schreiben mit einer Benutzerverwaltung. Einzelne Benutzer bekommen einzelne Rechte, also ein Benutzer kann mehrere Rechte haben, wie zum Beispiel andere Benutzer löschen, Daten hochladen, Daten herunterladen, oder auch neue Benutzer anlegen. Und im klassischen Sinne wären die Rechte jetzt Datenbank-technisch so eine 1-zu-m-Beziehung oder m-zu-m-Beziehung mit Auflösungstabelle und so weiter. Zur einfacheren Verwaltung können wir jetzt Enumflex verwenden. Diese erlauben uns, dass wir nicht nur mehrere Werte in einem Enum-Wert speichern, sondern auch abfragen und vergleichen können. Aber eben nur einen Wert, eine Variable, beziehungsweise in der Datenbank eine Integer-Spalte brauchen, um alle möglichen Benutzerberechtigungen abzuspeichern, die diese Benutzer hat. Gut, also machen wir uns ein Enum-Writes. Dieses Enum erhält nun die verschiedenen Rechte, wie zum Beispiel Add-User, Delete-User, oder auch Download-Data oder auch Download-Data. So, damit das funktioniert, wie gerade beschrieben, brauchen wir hier ein Attribut, das heißt Flags. Durch dieses Flags können wir jetzt Folgendes machen. Wir können sagen, okay, Add-User bekommt den Wert 1, Delete-User den Wert 2, hier 4 und hier 8. Wichtig hier, die Binärsprünge zu verwenden, denn was wir jetzt machen können, wir können diese, also eine Variable, das Enum-Datentyp Right, wird jetzt in Binär-Repräsentation abgespeichert oder abgebildet und wir können jetzt Binär verodern oder verunden, also Binäre Vergleiche ziehen, Binäre Berechnungen machen und hier, dazu brauchen wir die Binär-Repräsentation. Also, Writes.R ist gleich Writes. Add-User. Alles wie gehabt, alles ganz normal. Wir können aber auch sagen, okay, er hat nicht nur Add-User, sondern auch Add-User und Delete-User. Also beide Rechte und beide Werte sind nun in dieser Variable R gespeichert. Also was steht hier eigentlich drinnen? 1 plus 2 ist 3. Der Wert 3. Warum? Add-User hat die Binäre-Repräsentation 0,0,0,1. Die Lead-User hat die Binäre-Repräsentation 0,1,0. Durch die Oder-Verknüpfung ergibt das den Binärwert 0,1,1. Umgerechnet auf Dezimal wäre das 3. Wenn wir diese Variable R auf einem Integer casten, dann steht in dieser Variable myR jetzt der Wert 3 drinnen. Und um abzufragen, ob jetzt diese Variable einen entsprechenden Wert beinhaltet oder nicht, können wir einfach sagen if r gleich nein if r und writes.addUser gleich gleich writes.addUser Was passiert hier eigentlich? Es wird mit und während der Variablenwert den R also 0,1,1 mit 0,0,1 durch das binäre und ergibt das nur dann 1, wenn beide Werte 1 sind. Also ist das das Ergebnis und das ist ja genau die Repräsentation von adUser. Also so ist die Abfrage ob eines diese Werte oder ein bestimmter Wert gesetzt ist. Eine zweite Möglichkeit ist sozusagen if r.has flag writes.addUser Das ist sozusagen eine kleine Hilfsmethode die diesen doch etwas komplizierteren Ausdruck in eine einfachere Logik gießen. Okay, wichtig ist auch hier mit 1 beginnen nicht mit 0 denn die binäre Verbindung mit und oder Verknüpfung mit und ergibt ja 0 wenn die Kombination nicht erfüllt ist das wäre dann ein gültiger Wert das passt irgendwie nicht zusammen. Also mit 1 beginnt. Eine zusätzliche Variante anstatt 1,2,4,8 und so weiter zu schreiben wäre nehme 1 um 0 verschoben nehme 1 um 1 verschoben nehme 1 mit einem Bitshift um 2 1 mit einem Bitshift um 3 Der Doppelpfeil ist eine Bitshift Repräsentation also er nimmt den 1er und verschiebt ihn um 1 Bit es wird eine 2 er verschiebt ihn um 2 Bit es wird eine 4 also auch das ist eine Repräsentation des gleichen Zahlenscheiners wie vorher was auch möglich ist ist zu sagen all ist gleich add user oder delete user oder download data oder upload data dadurch ergibt hier all den Wert 15 da es eine oder Verknüpfung ist aller Werte mit zusammen was heißt in der gesamten Binärmaske Lauter 1er wie eine Integer Repräsentation des Wertes 15 ok in diesem Sinne viel Spaß damit und wenn es euch gefallen hat lasst ein Abo da